Herzlich willkommen zum Tutorial Thematische Suche nach Zeitschriftenaufsätzen Suchen Sie Zeitschriftenaufsätze zu einem interdisziplinären Thema, zum Beispiel zur Organspende, stehen Ihnen neben dem Bibliotheksportal Primo mehrere interdisziplinäre Datenbanken zur Verfügung. Academic One File, IBZ, JSTOR, Project Muse und das Web of Science Starten Sie im Bibliotheksportal Primo. Sie möchten im Bibliotheksportal Primo Zeitschriftenaufsätze zum Thema Organspende suchen. Geben Sie das Wort Organspende in die Suchmaske ein. Wenn Sie dabei das Sternchen als Platzhalter für mögliche Endungen setzen, können auch Worte wie Organspender oder Organspendeausweis mitgesucht werden. Stellen Sie den Suchraum Artikel Plus ein. Sie erhalten eine Trefferliste mit 3.767 Titeln, die natürlich zum Lesen viel zu lang ist. Rechts auf dem Bildschirm finden Sie angebotene Filter, mit denen wir unsere Auswahl einschränken und präzisieren können. Zum Beispiel wählen wir ausschließlich Online-Ressourcen, aus Peer-Reviewed, also begutachteten Zeitschriften, möchten nur Zeitschriftenaufsätze lesen und keine Buchkapitel oder vielleicht Rezensionen. Außerdem interessieren Sie sich für neuere Literatur, das heißt, Sie stellen den Berichtszeitraum von 2010 bis 2020 ein und filtern Ihre Ergebnisliste entsprechend. Ihre Trefferzahl hat sich jetzt erheblich verringert. Wenn Sie auch noch inhaltlich einschränken möchten, steht Ihnen in Primo in der Filterliste der Punkt Thema zur Verfügung. Hier finden Sie Schlagworte, die Ihnen helfen, noch einmal, diesmal allerdings inhaltlich, Ihre Treffer zu beschränken. Wenn Sie sich für die Organspende-Diskussion in Deutschland interessieren, wählen Sie Germany aus. Wieder hat sich die Trefferliste erheblich verringert. Wenn Sie nun weitere Einschränkungen oder Präzisierungen hinzufügen möchten, klicken Sie zunächst auf Alle Filter merken, damit Ihre Filtereinstellungen erhalten bleiben. Anschließend können Sie in der Suchleiste weitere Begriffe eingeben. Zum Beispiel interessieren Sie sich für religiöse Einstellungen zum Thema Organspende. Wieder verwende ich den Platzhalter, um die Wortwahl möglichst offen zu lassen. Sie erhalten nun eine Trefferliste von nur 17 Titeln, die man bequem durchsehen kann. Interessieren Sie sich zum Beispiel für den ersten Treffer Organspende in Deutschland wollen wir nicht, können wir nicht, klicken Sie auf den Button Online-Ressource und folgen Sie dann in der Detailansicht dem Link zur Ressource, um den Text zu lesen. Möchten Sie eine der bereits genannten Datenbanken nutzen, können Sie diese im Bibliotheksportal Primo schnell und unkompliziert aufrufen. Wählen Sie den Suchraum Datenbanken und geben Sie den Titel der Datenbank ein. Klicken Sie auf Online-Verfügbar und folgen Sie in der Detailansicht dem Link zur Ressource. Da nicht alle Zeitschriftenaufsätze in Primo nachgewiesen sind, kann es sinnvoll sein, in anderen Datenbanken nach elektronischen Volltexten zu suchen. JSTAR bietet Aufsätze aus allen Fachgebieten. Durch Moving Walls, Einschränkungen wie nicht die letzten drei oder fünf Jahrgänge, fehlen hier häufig die neuesten Titel. Sie möchten in der internationalen und interdisziplinären Aufsatzdatenbank JSTAR nach Literatur zum Thema Organspende suchen. Wählen Sie Advanced Search – Erweiterte Suche, um differenzierter suchen zu können. Tragen Sie Ihren Suchbegriff in das Suchfeld ein. Auch hier können Sie einen Platzhalter für denkbare Wortendungen benutzen. Außerdem können Sie festlegen, dass Sie ausschließlich Artikel suchen und Sie können von vornherein einen Zeitraum, in dem die Artikel erschienen sein sollen, festlegen. Zum Beispiel 2010 bis 2020, um die neuere Literatur zu finden. Starten Sie die Suche. Sie erhalten eine relativ geringe Treffermenge, da wir mit einem deutschsprachigen Suchbegriff gesucht haben. Sollte einer der Artikel für Sie interessant sein, können Sie den Volltext durch Klicken auf den Button Download PDF aufrufen. Suchen Sie mehr Treffer, starten Sie eine neue Suche und verwenden Sie englischsprachige Suchbegriffe. Treffen Sie die gleichen Festlegungen wie zuvor, damit das Ergebnis vergleichbar wird. Und suchen Sie erneut. Jetzt finden sich wesentlich mehr Treffer, nämlich 1547. In der Suchliste sehen Sie englischsprachige Artikel. Wenn Sie nun diese Auswahl weiter einschränken möchten, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel einen weiteren Suchbegriff eingeben unter Search within Results, also innerhalb der 1547 Treffer. Und wenn Sie die deutsche Diskussion zur Organspende interessiert, legen Sie entsprechend wieder mit dem Platzhalter fest, dass Sie über Deutschland oder deutsche Diskussion Literatur suchen. Immer noch ist die Trefferzahl relativ hoch. Ganz treffgenau ist diese Auswahl auch nicht, wie man hier an den ersten Titeln sieht. Wenn Sie nach links schauen, haben Sie noch die Möglichkeit, über das Subject die Sachgruppe weiter zu suchen und können hier zum Beispiel ein Fachgebiet auswählen, das entsprechend inhaltlich für Sie interessant ist, wenn Sie sich für ethische Aspekte interessieren, zum Beispiel die Philosophie. Dadurch reduziert sich die Treffermenge dann erheblich und Sie erhalten eine Trefferliste, die man sich Titel für Titel ansehen kann. Sollte ein Artikel für Sie interessant sein, nutzen Sie den Button Download PDF, um den Volltext zu lesen. Das Web of Science bietet neben einem großen Berichtszeitraum mit aktuellen und älteren Artikeln aus allen Fachgebieten auch Angaben zu Zitierhäufigkeit und zitierenden sowie zitierten Artikeln an. Sie können mit wenigen Klicks weitere interessante Titel finden. Möchten Sie im Web of Science nach Artikeln zum Thema Organspende suchen, wählen Sie bitte englische Suchbegriffe, denn diese Datenbank spricht ausschließlich Englisch. Topic meint in unserem Fall Schlagwort und wir geben die entsprechenden Worte ein, Organ Donation für Organspende und starten zunächst die Suche. Da die Treffermenge mit über 11.000 Titeln viel zu groß ist, schauen wir uns die Filter an. Sie können zum Beispiel festlegen, dass Sie ausschließlich Artikel suchen und das mit Refine bestätigen. Wenn Sie sich wieder um Themen rund um die Ethik kümmern möchten, wählen Sie in der Sachgruppenauswahl das Thema Ethik aus und klicken Sie wieder auf Refine. Mit 470 Artikeln haben Sie ja schon eine fast überschaubare Menge gefunden. Die Artikel sind im Moment nach Erscheinungsjahr und Datum, das heißt mit dem neuesten Titel zuerst sortiert und dann absteigend. Wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie vielleicht besonders an der Organspendendiskussion in Deutschland interessiert ist, können Sie hier unter Refine Results erneut ein Suchwort eingeben. Ich würde empfehlen, German und Sternchen für German, Germany und mögliche weitere Kombinationen und die Suche erneut zu starten. Jetzt sind wir bei mageren Achttreffern angelangt, denn das Web of Science bietet überwiegende englischsprachige Veröffentlichungen und das auch mit Schwerpunkt von amerikanischen und englischen Verlagen. Insofern ist dieses Ergebnis plausibel. Schauen wir uns die Liste der Treffer an und wir sehen zum Beispiel auf der rechten Seite, dass manche Titel mehrfach zitiert wurden. Wenn wir wissen möchten, in welchen Veröffentlichungen dieser Artikel zitiert wurde, können wir einfach auf die Zahl der Zitationen klicken und erhalten dann eine weitere Trefferliste, die weitere interessante Artikel zum Thema bieten kann. Kehren wir zurück zu den Suchergebnissen und schauen uns die Liste der Treffer noch einmal an. Der Treffer mit den zwölf Zitationen zum Beispiel wird von der FU Berlin angeboten. Mit einem Klick auf den Button Primo-Button können Sie den Volltext erreichen beziehungsweise mit einem Klick auf den Button Free Full Text vom Publisher. Klicken Sie auf den Titel des Artikels, erhalten Sie eine Detailansicht mit einem Abstract und weiteren Schlagworten, die Ihnen vielleicht bei einer weiteren Suche helfen können. Academic OneFile bietet ein breites Fächerspektrum an. Wählen Sie die erweiterte Suche Advanced Search und englische Suchbegriffe. Hier Organ Donation. Nutzen Sie formale Filter wie Full Text Documents und Peer Reviewed Journals und einen Zeitraum wie 2010 bis 2020. Sie erhalten 197 Treffer, die Sie bei Bedarf mit weiteren Filtern inhaltlich eingrenzen können. Mit dem Button FU Berlin Primo gelangen Sie zum elektronischen Volltext. Hier finden Sie ausschließlich geistes- und sozialwissenschaftliche Literatur. Wenn Sie sich für die ethischen, politischen und sozialen Aspekte des Themas interessieren, ist diese Datenbank geeignet. Geben Sie die Suchbegriffe zur Organspendediskussion in Deutschland in die Suchmaske der erweiterten Suche ein. Sie erhalten eine Liste mit 82 Treffern. Klicken Sie auf den Titel des ausgewählten Artikels, um die Detailanzeige zu erhalten. Der SFX-Button führt Sie zum elektronischen Volltext. Project Muse ist ebenfalls geeignet, wenn Sie zum Beispiel ethische, politische oder soziale Aspekte der Organspende interessieren. Geben Sie in der Advanced Search den Suchbegriff Organ Donation ein. Legen Sie als Filter fest, dass Sie nur Artikel suchen aus dem Fachbegut Philosophie, Ethics and Moral Philosophy. Sie erhalten 170 Treffer. Um Ihre Suche weiter zu präzisieren, können Sie weitere Suchbegriffe eingeben. Der Button PDF Download führt zum Volltext. Achtung! Lizenzierte Datenbanken und elektronische Volltexte können nur von FU-Angehörigen via VPN auch im Fernzugriff genutzt werden. Vielen Dank für Ihr Interesse! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDL-L wDR Untertitelung des ZDF, 2020